Bei medizinischer Versorgung für mittellose Menschen gibt es in Wien eine Adresse, deren Türe immer offen steht. Die Armenambulanz ist eine Grundidee der barmherzigen Brüder für arme, bedürftige Dasein in der Versorgung und sie sind in Wien hier seit 400 Jahren. Die Zahnambulanz für Bedürftige zählt zu den traditionellsten Leistungen. Einzigartig ist auch die Spezialambulanz für Gehörlose. Ein gebärdensprachkompetentes Team bietet medizinische, psychologische und soziale Versorgung. Insgesamt konnte im Krankenhaus der barmherzigen Brüder im letzten Jahr 13.000 Personen geholfen werden. 400 Betten, es ist damit das größte und älteste Ordensspital in Wien mit umfassenden Leistungen. Das Krankenhaus ist in der Gesundheitsversorgung der Stadt Wien genauso wie die anderen Ordenskrankenhäuser eingebunden und hat neben zehn Fachabteilungen zwei Institute und mehrere Ambulanzen. Informieren Sie sich auf bbwien.at